So, 3, 2, 1, willkommen zurück bei Coscode. Äh, 5, 0, hopp. So, wie komme ich jetzt hier hin? Teleporter. Achso, nach unten. Logisch. Äh, haha. So. So, ich werde davon ausgehen. So, hops, hops. So, hopp. So, hopp. So, hopp. So, hopp. So, hopp. So, hopp. Hooh. W比如 ... Ah ... hier gibt es noch Gegner. amour Komm, komm, komm. Das ist... So... Gott. Hat er getroffen. Jawoll. Wups, wups. Nächste Ebene. Tam, palam. Da bin ich wieder. Hi. Grüße von JetKara. Auf der MS Solar ist soweit alles wieder normal. Vom blauen Individuum fehlt jede Spur. Ich versuche Erfahrungen zu bringen, ohne Erfolgen. Ich werde davon ausgehend, dass es keine Verbindung zum offiziellen. Vorstellend, dass er mich noch so verlässt, um der zu hüten und dein Avatar zu entführen. Irgendwelches Service geht hier vor sich. Und vergessen wir nicht, dass er dich erkannt hat. Ich werde darauf vielleicht einige Antworten geben. Hm, jedenfalls sollten wir uns keine Sorgen machen. Lass uns stattdessen wieder in unserer eigenen Aufgabe widmen. Ich werde darauf achten, dass ein Crossworld nickt. Ich sehe, wir haben jetzt einige Fortschritte gemacht. Heute dann vorwärts. Ähm... Was ist das? Oh! Power Up! Was gibt's? Charaktermenü aktiviert. Wo geht das? Drücke um das Charaktermenü zu öffnen. Okay. Prüfe dein Inventar und wähle deine Item-Favoriten. Ausrüstung. Lege Ausrüstung auf dem Technik, um zu rüsten. Jawoll, ich kriege was. Anfänger Gürtel. Anfänger Stiefel. Anfänger Kling. Buki hat. Okay, jetzt. Schau. Ausrüstung. Nichts. Dann setze ich doch... Die Mütze auf. So. Rechter Arm, linker Arm. Soll ich da die Klingen hinpacken? Anfänger Klinge. So. Torso. Dann machen wir einen schönen Gürtel. Anfänger Gürtel. Anfänger Stiefel. Und Anfänger Stiefel. Ausrüstung 1. 火 fire. Anfänger-Besind. Hp Play. lást reunion. Angriff. Angriff 35. Verteidigung. Dadadad. Tadadam. HP Level, Resistence Credits, Spielzeit, Equipment... Hm, ok, 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 Parameter, Widerstand, Kälte, Gesundheit, Natural Power, natürlich Widerstandskraft, Kritischer Treffer, so, ok, ich glaube, Quests, keine Quests ausgewählt, Momentan, Status, so, pam, 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 fuck, hmm, Pum, 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 Regenkampf macht Laune. Ja. Sterbt. 4. 8. Jawoll. Wieder in Level gestiegen. CP-Punkte weiß ich nicht. Charakter-Punkte. Max-Level-Fokus. So, dann. Das war jetzt Level 3 erreicht. Sonderbar. Wahrscheinlich haben wir einfach mehr Gegner hinzu. So, so, so. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Deine. Oh nein. Oh nein. What? Heute, jetzt bewegt sich noch alles. Alles klar. Hopp. So. 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 Hm. Muss ich wieder kämpfen? Au. Kleiner Boss. So. 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 Das war's für heute. 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 Und... Nicht implementiert. Das war's für heute. Und... Das war's für heute. Das war's für heute. Und...